Musik Die Aussichten für Gartenfreunde werden jetzt von Tag zu Tag wieder besser. Auch wenn man zwar noch nicht direkt raus in den Garten gehen kann, so wird es doch langsam Zeit für Suss- und Vorziehen von der Sämlung in die Töpfe oder Schale. Bei der Sämlung finden Sie darum jetzt ein riesiges Angebot an streng kontrollierten und qualitativ hochstehenden Sämereien für ausgesuchtes Gemüse, für aromatische Kräutchen und für prachtvolle Blumen. Am besten Wurzeln bilden und gedeihen können die Sämme in der speziellen Aussaat Erde, die Ihnen Kopp ebenfalls anbietet. Nach einem gleichmässigen Aussaien gemäss Anleitung wird das Saatgut leicht angedrückt, mit wenig Erden abdeckt und ganz sorgfältig angegossen. Der grösste Find von Ihrem Saatgut ist übrigens die Feuchtigkeit. Die neue Verpackung von Kopp schützt der Inhalt garantiert vor Nässe und Feuchtigkeit und halten den Sämme so über längere Zeit auch keimfähig. Zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit wird ja besonders gern Torf eingesetzt. Weil aber Torfreserven nicht unterschöpflich sind, hat Kopp eine bessere Lösung gesucht und einen vollwertigen Ersatz gefunden. Die Baumrinden von Fichten und Tannen, die bei der Holzverarbeitung sozusagen als Abfall entstehen, werden in einem natürlichen Verrottungsprozess zu einem bakteriell hoch angereicherten Kompost umgewandelt oder zu einem langlebigen Abdeckmittel verarbeitet. Bei Gemüse, Blumen, Beeren oder Sträuchern 1-2 cm³ Rindenkompost gleichmässig verteilen und leicht einarbeiten. So entstehen ein Wasser- und luftdurchlässiger Boden mit idealen Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum. Das Coop-Abdeckmaterial unterdrückt das Wachstum von Unkraut, sorgt für eine gleichmässige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit besser im Boden zurück. Und Beide und Wege sehen erst noch Fleckter aus. Die beiden Bodenverbesserungen von Coop sind also nicht nur gut für ihren Garten, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag an die Erhaltung einer intakten Umwelt. Einen Beitrag an das intakten, lieblichen Wohlbefinden leisten, ob selber aufzogen oder fertig gekauft, Gewürze und Kräuter. Bei Coop bekommen sie fast alles, was in warmen und fernen Ländern an aromatischen und pikanten Gaumenverwönern wächst. Neuem Coop-Angebot sind jetzt verschiedene Gewürzmischungen für jede Art von Fleisch, feine Soße und Salat und alles natürlich luftdicht und vakuumverpackt mit Aromagarantie. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Coop-Jubiläumusjahr gilt, mehr Marken, mehr Auswahl. Sie können aber bei Coop nicht nur auswählen, sondern eine Vielzahl von bewährten Markenartikeln. Sie können auch mitmachen am grossen Markenspiel in der Coop-Zeitung. Und darum lassen wir jetzt den Marken-Martel laufen. Wir haben Ihnen ja auch sechs Markenartikel vorgeschlagen, wo Sie Ihren Tippen können abgeben. Und alle, die natürlich jetzt mittippen, sind gespannt, wo der stehen bleibt. Der läuft immer noch, kommt langsam in die heisse Phase und bleib stehen jetzt auf Helium-Alt. Helium-Alt ist die richtige Lösung im ersten Coop-Markenspiel. Und jetzt ziehen wir den Gewinner. Das heisst natürlich nicht ich, sondern meine charmante Assistentin Laura. Der erste Preis im Wert von 1000 Franken gewonnen hat... Ah, wir haben jemand aus St. Gallen, nämlich Terika Kesselling. Sie wohnt an der Heilig-Kreuz-Strasse 42. 9'008 St. Gallen. Herzliche Gratulation, Frau Kesselling. Das Markenspiel geht natürlich weiter. Weiterlesen Sie die Coop-Zeitung und die bekannten Zeitschriften gut durch und entspannen Sie sich jetzt beim Rezept. Guten Abend. In den nächsten Wochen und Tagen regiert die verschiedenen Landesteile bekanntlich die Fasnacht. Aus diesem wichtigen Anlass verzichten wir ausnahmsweise auf das Kalorienzählen und stürzen uns herzhaft auf das Fasnachtsgebäck. Beliebt sind zum Beispiel die Schläuferli. Butter, Zucker, Eier und Zimmet schaumig rühren. Ich habe das Mehl mit Salz, Rahm und gemahlenen Mandeln vermischt, beigefügt, zum einen festen Teig verarbeitet und kühl gestellt. Nach dem Auswahl mache ich jetzt mit dem Teiggerät verschobene Vierecke. Jedes Viereck in der Mitte etwa 2 cm lang einschneiden. Durch diesen Einschnitt einen Spitz des Schläuferli durchziehen. So, und das Schläuferli im heissen Öl goldbraun backen. Gut abtropfen lassen. Weitere lustige Rezepte für Fasnachtsgebäck finden Sie in der Coop-Zeitung. Und gerade anschliessend ein paar günstige Coop-Angebote. Tolle Textstar Kinderjeans oder Sweatshirts gibt es jetzt für nur 17 Franken. Zwei Pakete Kambri-Bretzeli für nur 4 Franken. Und das Trio Schock-Ovo oder Ovo-Sport für nur 33. Zwei Kilogramm Taroko Blutorangen aus Sizilien für nur 23. Und das ist Coop-Jubiläumsangebot. Zwei Boxen Persilvollwäschmittel für nur 25,90. Wir sind am Schluss. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.